La Grotta, Ristorante Pizzeria Die Kunst mit italienischen Gerichten zu verführen hat Familie Bauleo in Italien gelernt und wird unter dem Entwil perfektioniert. Sowohl frische Zutaten als auch der Holzofen garantieren die beste Qualität der traditionellen Spezialität. La Pizza Napoletana Mediterranen Fischspezialitäten können Sie in einem gemütlichen Ambienten genießen. La Grotta Ausreichend Platz für Familienfeste und romantische Diener zu zweit. La Grotta Ristorante Pizzeria Rellersinger Straße 33 in Singen Ristorante Pizzeria Untertitelung des ZDF, 2020